hallo willkommen beim thema power bi und microsoft excel du hast dich wahrscheinlich gefragt warum du dir die mühe machen solltest power bi zu lernen wenn du bereits ein meister der excel formeln bist nun power bi ist wie der ultimative superheld unter den business intelligence tools es hilft dir dabei wirklich umwerfende dashboards und berichte zu erstellen die deine kollegen vermutlich beeindrucken werden oder deinen vorgesetzten und das beste daran ist dass du mit power bi auch excel dateien verwenden kannst ja du hast richtig gehört power bi und excel arbeiten zusammen mit batman und robin in diesem video sehen wir uns an wie du power bi und excel miteinander verbinden kannst um noch mehr aus deinen daten herauszuholen dazu habe ich bereits microsoft power bi geöffnet und wir werden uns bevor wir die datei öffnen uns die zu importierende excel datei näher ansehen dazu wechsle ich in das verzeichnis auf meinen rechner habe dort mehrere excel dateien ich werde in power bi diese datei file example importieren und möchte mit dir gemeinsam einen kurzen blick auf diese datei werfen hier haben wir zwei arbeitsblätter transaktionen stammdaten und haben dort einige spalten und die dazugehörigen einträge dasselbe auch hier in den stammdaten diese daten möchte ich nun nach power bi importieren dazu schließe ich die datei wiederum und wechsle nach power bi dort gibt es im bereich start das symbol daten aus einer microsoft excel arbeitsmappe importieren man kann aber auch über daten abrufen diesen bestimmten microsoft excel import auswählen und zwar unter alle und dann excel arbeitsmappe oder auch in der rubrik datei dort ist diese auch nochmals vorhanden ich selektiere diese und wechsle nun in das verzeichnis welches wir uns gemeinsam vorhin angesehen haben dort selektiere ich dann anschließend die datei und microsoft power bi verbindet sich nun auf diese datei bevor wir uns den nächsten schritt ansehen bitte diesen kanal jetzt kostenlos abonnieren damit ich noch mehr videos anbieten kann und bedanke mich bei allen die diesen kanal dadurch unterstützen vielen dank als nächstes können wir nun diese beiden arbeitsblätter entsprechend selektieren das schöne daran ist dass uns power bi bereits eine vorschau der daten in dieser microsoft excel datei anzeigt ich kann nun diese arbeitsblätter in den button laden einfach nach power bi importieren ich habe aber auch noch die möglichkeit die daten zu transformieren wenn ich das möchte in unserem fall möchte ich diese daten nur laden selektiert diese und microsoft power bi startet nun mit den daten import dieser einträge nun sind diese entsprechend importiert und habe dort im menü rechts bereits die möglichkeit die möglichkeit diese daten mir anzeigen zu lassen beispielsweise kann ich das über eine einfache tabelle wie hier die einträge mir anzeigen lassen versuche das noch etwas zu vergrößen damit das am bildschirm auch besser sichtbar ist und zwar gehe ich auf anzeigen und dort kann ich auf tatsächliche größe und kann diese noch etwas vergrößern wie du siehst kannst du mit dieser vorgehensweise in wenigen schritten deine excel datei nach power bi importieren du hast darüber hinaus auch durch die möglichkeiten diese daten zu transformieren und auch zu verbinden in diesem fall kann ich auch diese beiden arbeitsblätter im menü daten beziehungsweise modell miteinander verknüpfen ich kann sagen ich möchte das land welches hier der verbindungsschlüssel ist mit diesem verbinden und habe dann die tolle möglichkeit diese übergreifend auszuwerten das bedeutet ich kann nun in meiner auswertung auch das land entsprechend mit anzeigen und es wird mir richtigerweise dann vollständig angezeigt falls du fragen zu diesem thema hast hinterlassen wir einfach ein kommentar gerne auch erfahrungsberichte wie es dir dabei geht und ich werde versuchen dir zu antworten und würde mich sehr freuen wenn du auch im nächsten video mit dabei bist das alles habe ich auch noch zusammengefasst in einer pdf datei welches hier auch unter diesem video verfügbar ist bis dahin alles gute und viel erfolg